Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der vierten Episode und nachdem in der letzten Episode unsere vereinsinterne Rückholaktion mit Sabol Schuss, die sehr, sehr gut geglückt ist, sollte heute genauso weitergehen. Dabei spielen wir gegen Fortuna Düsseldorf und gegen den FC St. Pauli, also einmal gegen die Hamburger und einmal gegen die Mannschaft, die sehr viel Potenzial hat, das in den letzten Jahren noch nicht abrufen konnte. Wenn euch das gefällt, lasst bitte auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da ist ganz, ganz wichtig für diese Serie und denkt nicht, es macht sowieso irgendjemand, ich brauche es nicht machen, wenn es euch gefällt, das ist die beste und wichtigste Unterstützung. Ich freue mich über jeden einzelnen Videobeschreibung, Links zu IGVault, Instagram, Twitter, Facebook, also Social Media Links und zu meinem Merchandise. Könnt ihr auch auf jeden Fall auschecken. Training, ja. Ivan Avila, warum auch immer der Ivan genannt werden will, ist der Mann, der uns über die möglichen Nationaltrainerposten informiert. Wir wollen aber gar kein Nationaltrainer sein, sondern wir wollen unseren Managerrang da oben im besten Fall mit 96 auf 100 bekommen und nicht auf 60 bleiben. Und deswegen gehen wir jetzt in die Partie gegen Fortuna Düsseldorf, das Ganze live und die zweite Partie gegen Pauli gibt es dann nachkommentiert. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, Düsseldorf ist Zweiter, das heißt, absolutes Topspiel. Auf geht's! Rein geht's in die Partie in der Esprit Arena. Das Stadion der Sanderson Park sieht sogar einigermaßen so aus wie das Stadion von Düsseldorf, das gefällt mir sehr, sehr gut. Die bunten und vor allem leeren Sitze fehlen natürlich, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Sehen ihr unseren Kapitän Manuel Schmiedebach? Und auf der anderen Seite, wer ist da Kapitän? Hab's nicht gesehen. Daniel Stendl hat seine Startelf, also unsere Startelf, also meine Startelf ein wenig verändert, aber erstmal gucken wir uns die gleich von Düsseldorf an. Wir sind das Team mit den wenigsten Gegentoren, haben erst eins kassiert, dummerweise aber auch schon einmal unentschieden gespielt, deswegen müssen wir heute gewinnen. Bei der Fortuna Rensing, Schauertze, Eihahn, Madlung, Schmitz, Fink, Bebu, dazu Gartner, Bellinghausen, Bocek und Ruven Hennings. Kein ehemaliger 96er, obwohl das ja mal die Restrampe für 96 Spieler war. Hashtag Awe, Boa, Jakunan oder Agi. Bei uns gezwungenermaßen ein bisschen Veränderung. Chauna, Soak, Sané, Anton, Pripp, Schmiedebach, Vossum, Husti auf der 10, Bech, Füllkrug und Klaus vorne drin. Unter anderem fehlt beispielsweise ein Harnik, der ist nämlich verletzt. Hier haben wir unseren großen Salif Sané und der soll heute wieder ein Kopfballtor machen im Idealfall und damit legen wir jetzt los. Auf geht's. Erste Aktion, Bech auf Füllkrug und dann ist Eihahn dazwischen. Es gibt einen Eckball und da hat man ja unseren Spezi und zwar Sabol Schusti, der hier nicht bereit steht, aber jetzt bereit steht. Edgar Pripp in der Mitte und noch einige andere, aber Pripp kommt an den Ball und drüber gesetzt, schade. Bech mit der Balleroberung, Doppelpass mit Füllkrug und jetzt am zweiten Pfosten. Am zweiten Pfosten steht Felix Klaus, schöner Aufsetzer, leider nicht drin. Kopfball von Bebu, die erste Chance, weil Schauner da nicht rausgekommen ist, obwohl ich es gedrückt habe. Aber wir haben jetzt die Konter gelegen, hat über Niklas Füllkrug. Sehr, sehr gute Ballannahme, jetzt muss er nur noch vorbei. Hat aber da keinen Platz, deswegen rüber gespielt, aber Vossum ist leider Gottes gerade nicht durchgelaufen. Deswegen die große Konter-Chance vertan. Schmiedebach aus dem Rückraum, traut sich nicht selbst zu schießen, legt ab auf Ivar Vossum. Aber wir nähern uns langsam an. Edgar Pripp, der ist richtig gut in Form, die Flanke ist richtig stark, aber leider kommt Fülle nicht ran. Wir sind aber wirklich am Drücker, es fehlt nicht mehr viel. Rückraum auf Vossum, wir haben aber ein bisschen Platz, legt ab auf Schmiedebach. Der auf Füllkrug und der weiter auf Sabolsch. Husti, 1 zu 0, 38. Spielminute für den Over 96 und natürlich, wer sollte es anders sein als Husti? Schön freigespielt, dann schön von Füllkrug und zack, das Ding sitzt in der linken unteren Ecke. Drittes Spiel und ich glaube der vierte Scorer, das ist Sabi. Zur Halbzeit mit 1 zu 0 und natürlich durch Husti, der war auch in Realität. Immer einer, der den Unterschied absolut gemacht hat. Schade, dass er mittlerweile nicht mehr da ist, aber so kannst du zumindest hier im Karrieremodus weitergehen. Düsseldorf an der Wand gespielt bisher. Bech eingesetzt und der kann jetzt mal wieder mit seiner Explosivität kommen. Ist schneller als Fink, dreht jetzt mal um. Aha, dann wird er gefoult, gibt einen Freistoß. Natürlich mal wieder eine Position für Husti und in der Mitte steht Salif Sané. Der kommt nicht ran, aber Anton kommt ran. Ne, Füllkrug war es, aber Rensing ist da. So, Doppelwechsel bei uns. Husti geht raus und auch Fossum. Dafür kommen Kreilach und Sebastian Mayer das erste Mal, der in FIFA ja viel zu schlecht bewertet ist. Mal sehen, was die bewegen können. Wieder Felix Klaus, der sich über außen da sehr schön durchsetzt. Rückraum auf Damir Kreilach. Versuch es mal, Junge. Schießt, aber abgeblockt. Nochmal Klaus. Szene noch nicht vorbei. Und dann Füllkrug, der nicht ganz hinkommt. Schade. Kreilach, schöne Balleroberung. Genauso will ich das von ihm sehen. Das ist Felix Klaus. Der wird gleich ausgewechselt. Aber für den Pass reicht es noch. Und dann Füllkrug mit einem ganz, ganz schwachen Pass auf Mayer. Wieder Kreilach. So, jetzt habe ich endlich mal geschossen außer Distanz. Gefällt mir. Wieder Sebastian Mayer. Jetzt Außensagen im Rennbarsee. Gerade eingewechselt. Schlechter Pass, wollte ich sagen. Und übrigens auf der anderen Seite ist jetzt Didi Jakunan auf dem Platz. Das heißt, auf den müssen wir besonders aufpassen. Ja, auch eine 96-Legende. Schade, dass Husti jetzt nicht mehr auf dem Platz ist. Aber Schmiedebach ist noch da. Und der wühlt sich da durch. Jetzt in den Rückraum. Und da steht, wer steht da? Mayer, Füllkrug und Rensing. Wir vergeben aber auch wieder die großen Chancen. Das ist unglaublich. Prip kommt an den Ball. Wühlt sich da durch einigermaßen. Verlierten doch. Holten sich wieder. Jetzt auf Mayer. Mayer daneben. Weiter daneben. Basé ist schön vorbeigegangen da jetzt mit seinem Tempo. Macht das richtig stark. Macht das richtig stark. Basé. Da ist Füllkrug. Füllkrug 2 zu 0. Entscheidung. 90. Spielminute. Und da feiert er seine Bude. Und genauso muss das sein. Richtig herrlich. Basé setzt sich klasse durch. Füllkrug fälscht selber. Ablegt sich damit vor und macht dann das Tor eiskalt. Dritte Saisontor bereits für ihn. So wollen wir das doch sehen. Und dann ist Schluss. Das ist genau der dominante Fußball, den man von Hannover 96 sehen möchte. Wir dominieren die zweite Liga momentan, auch wenn wir einmal unentschieden gespielt haben. Gewinnen 2-0 gegen die Tabellenzweiten. Und das ohne große Probleme. Friedhelm Funkel, der ein bisschen sehr gealtert ist hier in FIFA, gratuliert Stendl zum Sieg. Und ich gratuliere mir selber. Der Sieg auch sehr verdient. BTSV gewinnt 2-0 gegen Heidenheim und Nürnberg gewinnt 1-0 gegen Karlsruhe. Keine Überraschung dabei, finde ich jetzt. Das zweite Spiel wird wie angekündigt nachkommentiert werden. Das Training vorher sieht gut aus. Füllkrug steigt auf 75 und Anton auf 67. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Karamann steigt und noch eine. Wir sind nämlich zumindest vor. Erster, Tabellen, Erster. Stuttgart hat zwar noch nicht gespielt, aber trotzdem sind wir schon mal ein bisschen näher an die herangerückt. Beziehungsweise haben nicht gepatzt. Mittlerweile hat sich das Ganze wieder relativiert. Aber am direkten Rivalen aus BS können wir mit einem Sieg wieder vorbeiziehen, weil wir haben ein Spiel weniger. Stuttgart hat gewonnen. Wenn sie jetzt gewinnen, können wir an denen nicht vorbei. Aber wenn wir gewinnen und die nur unentschieden spielen, dann sind wir vorbei, weil wir jetzt mindestens 3-0 gewinnen, dass wir das Torverhältnis haben. Auf geht's! Ewald Lien mit seinen Jungs zu Gast in Hannover. Und ausgerechnet bei seinem ehemaligen Arbeitgeber in der niedersächsischen Landeshauptstadt sollte es endlich mal klappen mit einem Dreier für die Hamburger. Bisher noch kein einziger Sieg für den FC St. Pauli, weswegen sie sich momentan im Tabellenmittelfeld der 2. Liga auffielten. Wunderbares Fußballwetter, also perfekte Bedingungen, um das zu ändern. 20 Grad, ausverkauftes Haus und die letzten Sonnenstrahlen schienen auf die Nordkurve der HDI-Arena. Die Choreografie der Fans atemberaubend schön in diesem wunderbaren Licht. Aber das wollte natürlich Hannover 96 ebenfalls nutzen, um am ungeliebten Rivalen aus Braunschweig vorbei zu ziehen. Momentan trennt die beiden nicht mal einen Punkt. Allerdings hat der BTSV, wie wir hier sehen können, ein Spiel mehr. Und mit einem Unentschieden würde man schon an ihnen vorbeiziehen. Das ist natürlich das erklärte Ziel, auch am VfB Stuttgart, die bisher jedes Spiel gewonnen haben, dran zu bleiben. Daniel Stendl schickte seine Mannschaft leicht verändert in die Partie gegen seinen ehemaligen Trainer, gegen Ewald Lienen. Im Tor Ciauna davor Sorg, Sané, Anton und Edgar Pripp. Damir Kreiler zusammen Mittelfeld mit Schmiedebach. Meier, der ehemalige Paulianer auf der Zehn. Vorne erstmals Husti auf der linken Außenbahn seit seinem Wechsel von Frankfurt zurück in die Landeshauptstadt. Rechts Felix Klaus, Harnik dementsprechend nicht, aber in der Sturmspitze Niklas Vöhlkrug, der heute nach seinem zuletzt dritten Saisontor gegen Karlsruhe wieder netzen sollte und seiner Mannschaft zum Sieg verhelfen sollte. Ob das Ganze klappen würde, das steht noch in den Sternen. Natürlich auch St. Pauli mit einer starken Elf. Es liegt nicht an den Spielern, dass sie bisher nicht gewonnen haben. Himmelmann, Hedenstad, Hornschutz, Ciais, Buballa. Davor der ehemalige 96er und Düsseldorfer Awevor. Nerich, Duziak, Sobotta und vorne drin Buadus, der ehemalige St. Heuser und Silvestre. Also eine wirklich starke Aufstellung, mit der St. Pauli hier antrat und drei Punkte mitnehmen wollte. Sie moralisierten sich noch einmal vor dem Start. Und dann ging es rein in die Partie und es sollte richtig gut losgehen. Wie bereits gesagt, wunderbare Bedingungen. Und die Anfangsphase war auch so wie das Wetter. Etwas einschläfernd, sehr gemütlich, ohne große Highlights. Hannover 96 versuchte übrigens unter der Leitung von Steffen Schwurbel nach vorne zu spielen. Das Ganze wollte aber nicht so richtig gelingen und deswegen springen wir in die erste Szene hinein. Und die gibt es in der Defensive der 96er. Das ist Christoph Awevor, gerade angesprochen der ehemalige 96er. Schmiedebach ohne Probleme oder etwa doch Awevor in die Mitte. Sobotta 1 zu 0 für den FC St. Pauli, 11. Spielminute. Und plötzlich führten die Hamburger in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der polnische Nationalspieler mit seinem ersten Saisontor nach dem Fehler von Schmiedebach. Grauenhaft außen gegen Awevor. Direkt in die Mitte und da schlafen Sané und Anton. Keiner ist bei Sobotta und Schauner ist chancenlos in der kurzen Ecke. Daniel Stendel nachdenklich. Das hatte er so sicherlich nicht geplant, der so ambitionierte und ehrgeizige junge Trainer der 96er. Seine Mannschaft versuchte aber direkt zurückzukommen in diese Partie. Sebastian Meier und das ist Damir Kreilach. Versucht es einfach mal, aber Robin Himmelmann im Kasten fängt da sicher zu. Nächste Szene, wieder die 96er. Diesmal ein bisschen negativer auffällig. Kreilach rennt da Silvestri über den Haufen, der muss ausgewechselt werden. Machte 96 nicht viel. Sie versuchten es weiter. Felix Klaus, nicht genug Zielwasser getrunken vor der Partie, haut den Ball da über den Kasten. Sollte weitere Chancen bekommen. Hannover versuchte es zunächst aus der Distanz weiter. Niklas Vöhlkrug diesmal. Aber auch der wollte irgendwie nicht so recht auf das Tor von Robin Himmelmann schießen. Bisher der beste Versuch der von Kreilach. Und dann wurde es richtig gefährlich. Schmiedebach gefoult. Kreilach interessiert das überhaupt nicht. Klasse Pass auf Klaus. Der muss den Ausgleich machen. Macht er aber nicht. Das war eine Riesenchance. Die hätte er nutzen müssen. So Botta, der Torschütze im Nachhinein mit der gelben Karte für seinen vorderen Schmiedebach. Aber viel schockierender eigentlich die Erkenntnis, dass Felix Klaus, seitdem er jetzt auf der rechten Seite beheimatet ist, in seinem ersten Spiel nicht auf der linken Seite, wieder alte Verhaltensmuster annimmt und diesen Ball mit ordentlich Wumms übers Tor schweißt. Pauli hatte sogar die Gelegenheit, auf 2 zu 0 zu stellen. Picot auf Awevo. Aber der Abschluss doch etwas weit vorbei. Er ist gelernter Verteidiger. Das sieht man in der Situation. Hannover 96 zur Halbzeit ohne wirklich zwingende Chancen. Und Pauli in Führung. Sollte es wohl tatsächlich der erste Saisonsieg für die Hamburger werden, die 96-Fans noch nicht zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Vollkommen nachvollziehbar. Allerdings versuchte sie sich im zweiten Durchgang zu bessern. Für einen ging es jedoch nicht weiter. Und zwar für Felix Klaus. Der hatte einen absolut rabenschwarzen Tag erwischt. Für ihn kam Kenan Karaman auf die rechte Seite. Der Deutsch-Türke bekam wieder eine Chance unter Stände und sollte beweisen, dass er es besser machen konnte. Es ging auch gleich gut los für Hannover. Sebastian Meier schön über die Grätsche gesprungen gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Und dann zu unpräzise auf Sabol Schusti. Der Pass war nicht gut und dementsprechend blieb es. Beim 0 zu 1 aussieht der Hannoveraner. Dann Fafa Picot. Macht das gut gegen Sané. Buadus nochmal auf Picot. Und Gott sei Dank Sorg mit der Grätsche. Ciauner schlägt den Ball weg. Es war alles sehr knapp in Hannover. Allerdings erspielten sich die Roten jetzt immer mehr ein optisches Übergewicht. Füllkrug auf den eingewechselten Sarienrennen bei See. Der hatte zuletzt den Treffer von Füllkrug in Karlsruhe vorbereitet. Wieder spielt er auf seinen Teamkollegen. Allerdings haut der den Ball abgefälscht über den Kasten. Es sollte nicht sein. Die anschließende Ecke. Edgar Pripp bringt den Ball rein. Wieder Füllkrug steht in der Luft und köpft den Ball über den Kasten. Er war der Aktivposten in der Offensive der Hannoveraner. Konnte den Ball aber irgendwie nicht ins Tor bringen. Irgendwas fehlte da heute an diesem Tag beim ehemaligen Nürnberger. Der Junge aus Ricklingen, der unbedingt seiner Mannschaft zum Wiederaufstieg helfen will. Arthur Soböck mittlerweile eingewechselt. Der Pole. Der Joker. Auch er scheitert an Himmelmann. Selbst wenn sie mal die Bälle aufs Tor brachten, war immer noch der Keeper der Paulianer da. Doch sie gaben sich nicht auf und so kamen sie zur letzten Chance der Partie. Allerdings erst nachdem Pauli die dicke, dicke Chance aufs 2 zu 1 vergab. Buadus aus dem Getümmel heraus auf Fafa Picot. Chauner kommt weit raus. Ist ja auch ein ehemaliger Paulianer. Verunsichert den jungen Picot damit. Und er haut den Ball volles Brett am Tor vorbei. Damit blieb 96 im Spiel und bekam die letzte Chance. Und Basé auf Salif Sané und Himmelmann schon wieder mit einer klasse Tat. Er hielt seine Mannschaft im Spiel. Allerdings gab es den Eck bei der 90. Minute. Chauner mit vorne. Ball verlängert. Da ist Füllkrug. 1 zu 1. Vierte Minute der Nachspielzeit Hannover 96. Tatsächlich noch mit dem Ausgleich vor heimischem Publikum. Die HDI-Arena explodierte förmlich. Und das vollkommen zu Recht. Chauner hilft da ordentlich mit. Und Füllkrug steht am langen Pfosten. Genau da, wo ein Stürmer im Endeffekt stehen muss. Und verwertet den Abpraller zu seinem vierten Saisontor. Und zum Ausgleichstreffer. Damit zieht Hannover 96 zumindest in der Blitztabelle vorbei. Am ungeliebten Rivalen aus Braunschweig. Und Füllkrug markiert seinen vierten Treffer nach seiner Rückkehr nach Hannover. Das ist eine ordentliche Quote bisher für ihn. Und nicht nur in der Blitztabelle zog Hannover vorbei, sondern auch insgesamt. Denn direkt danach war Schluss. Pauli kann also wieder einmal eine Führung nicht über die Zeit bringen. Und schafft es nicht zu gewinnen. Auch dieses Spiel geht für sie unentschieden aus. Bereits das Vierte in dieser Saison. Sie hatten die Gelegenheiten. Und im Endeffekt war es Niklas Füllkrug, der ihn den Tag deutlich vermieste. Die mitgereisten Fans aus Hamburg natürlich enttäuscht. Hannover konnte sich freuen über diesen späten Ausgleichstreffer von Niklas Füllkrug. Über dessen vierten Saisontreffer. Über den einen Punkt. Und über die neue Tabellenposition. Hannover jetzt Zweiter. Vor Braunschweig. Nach dem 1 zu 1. gegen St. Pauli. Alter, was war das denn bitte für ein Spiel? Oh wei, oh wei. Die Dominanz ist da. So ist es nicht. Allerdings ist die Dominanz von Stuttgart ein bisschen stärker. Sechs Spiele, sechs Siege. Wir haben schon zwei unentschieden. Das heißt vier Punkte hinter dem VfB. Aber noch keine Niederlage. Und das dank Niklas Füllkrug. Das nächste Spiel gibt es dann in der nächsten Episode. Und ich denke mal, es ist klar, dass das nachkommentiert werden wird. Und nicht live kommentiert. Es geht gegen den direkten Rival. Gegen den Tabellendritten. Gegen den BTSV. Ich bin richtig hart gespannt darauf. Und wir motivieren unsere Jungs dafür. Kriegen noch eine Anfrage von Wales, die wir aber ablehnen. Und wenn euch die Episode heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Auch für dieses Herzschlag-Finish. Gegen den FC St. Pauli. Das war einfach nur der Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt auf eure Reaktionen darauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die nächste Episode gibt es am nächsten Samstag. Genau. Am Samstag gibt es die nächste Episode. Könnt ihr euch darauf freuen. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Einen wunderschönen Tag. Passt auf, macht's gut. Haut rein. Au revoir. Ciao.